das ist so deutsche fritz box technik ich will das mal sagen man schiebt hier so ein usb-stick rein ejectet den der bleibt auf dem finder stehen obwohl hier die lampe leuchtet hinten wenn diese aufdimmt weiß man es eigentlich ejectet auf dem finder usx catalina bleibt da immer noch man meldet sich ab der rechner sieht so aus macht gar nichts mehr edgard streikt wieder apple gmx.de e mail adresse funktioniert nicht und das ist internet deutschland jeden tag diese dämliche software karre die jeden tag zum tüv muss damit diese dämliche software karre wieder funktioniert das ist tag ein tag aus nach angela merkel scholz ampelpolitik jeden tag muss diese software karre einmal zum tüv damit der rechner wieder funktioniert das ist internet deutschland germany germany